Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Trading on the Edge. Ich bin Aaron und in diesem Video geht es um eine einfache Regel, welche ich auch benutze, um dieses weiße Rauschen aus dem Markt zu entfernen oder eher gesagt nicht zu doll zu refinen, dass man sich irgendwann komplett selber verwirrt und dann nicht mehr weiß, ob man long geht oder ob man short geht und einfach die Richtung des Markts oder seine Buys mäßig falsch bestimmt. Und genau, bevor das Video anfängt, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls euch mein Content hier gefällt. Ihr könnt auch auf den Discord kommen, wenn ihr wollt, ist alles gratis und ja, könnt ihr nochmal mit Instagram abchecken, würde mich auch freuen. Und damit gesagt, fangen wir mit dem Video an. Genau, ich habe nochmal gesagt, diese Idee habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich von einem YouTuber, der nennt sich MentFX. Das ist ein sehr, sehr guter Smart Money Mentor und ja, ist halt auf Englisch. Ich versuche das mäßig in Deutschen hier jetzt auch zu verbreiten. Aber ja, checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab, er macht echt sehr, sehr gute Videos. Genau, und zwar, was ist diese Regel von der ich spreche? Und zwar ist es die, auf Englisch, Rule of 30 oder die 30er, ups, die 30er-Regel. Und was das heißt ist, wenn ihr euch ein Setup sucht, sagen wir, wir sind hier jetzt im 1-Stunden-Timeframe und wir suchen uns hier jetzt ein Setup und wollen unsere Entry refine. Sagen wir, wir sind hier unten. Ähm, das kann eigentlich alles mal weg hier. Und ganz alt. So, ähm, sagen wir, wir wollen hier Short gehen. Wir haben hier unsere Zone vielleicht markiert und nehmen hier von hier 50%. Ähm, naja, okay, auch blöd. Sagen wir, wir haben gewartet, dass diese Liquidität hier genommen wird. Okay, das ergibt viel mehr Sinn. Ähm, ja, hier oben wurde viel Liquidität aufgebaut und wir sehen, dass sich hier auch dem 1-Stunden-Timeframe Wyckoff bildet. Und, so, was machen wir jetzt? Wir warten, dass wir unsere Breaks haben auf dem 1-Stunden-Timeframe und wir sehen, wir haben hier langsam einen Break. Haben diese Lotion gebrochen, haben ja auch dieses Lotion gebrochen und diese Lotion auch. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, in welchem Timeframe ich jetzt runtergehen soll, in welchem Timeframe ich handeln soll und in welchem Timeframe ich die Entry allgemein nehmen soll. Und da gibt es einen leichten Trick. Ähm, und da kommt auch die Rule of 30. ein Spiel oder die 30er-Regel. Ihr nehmt euch einen Taschenrechner. Äh, ups, ihr nehmt euch einen Taschenrechner. Und wie wir hier sehen, ähm, sind wir am 1-Stunden-Timeframe. Und dann, ja, können wir einfach machen, wir haben 60 Minuten in einer Stunde. Und das rechnen wir dann durch 30. Dann kriegen wir 2. Und 2 sollte in dem Fall der maximale oder der minimale Timeframe sein, in dem ihr euer Setup refinen solltet. Gehen wir jetzt mal in den, äh, erstmal einen 5- oder 15-Minuten-Timeframe. Ähm, da sehen wir diese Strukturbrüche natürlich nochmal ein bisschen besser. Und, ähm, nach dem Break hier, ähm, von diesen Lows oder auch von diesen Lows hier, ähm, können wir uns nun darauf einstellen, dass der Markt noch einmal in diesem letzten Swing, oder eher gesagt, vielleicht sogar in diesem letzten Swing, ähm, nochmal zurückkommt. Und wir zum Beispiel uns in den 50% von diesem Block, äh, eine Entry suchen. So. Das Ganze kann man natürlich auch auf die Kerze refinen. Die Kerze wurde nicht gehittet, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber was wir jetzt machen ist, wenn wir sehen, dass der Preis in unsere Zone kommt, dann gehen wir immer weiter runter und gucken, ob wir hier irgendwas Interessantes sehen. Und wir sehen langsam auf dem 5-Minuten-Timeframe, sehen wir schon ein paar Rejections. Und wenn wir in den 2-Minuten-Timeframe gehen, äh, ja, hier. Wenn wir in 2-Minuten-Timeframe gehen. Was sehen wir dann? Wir sehen hier sehr, sehr wunderschönes Wyckoff. Wir haben hier unseren Falling Climax, AR, ST, Sign of Freakness in B, also den ersten kleinen Sign of Freakness. Dann unseren UT, die Liquidität von der Umwolle genommen. Dann haben wir unseren Sign of Freakness hier. Und können theoretisch schon bei dem Break hier eine Position eröffnen. So, machen wir das Ganze mal. Und was passiert? Wir können den Trade, oh ja, der Trade ist sogar echt gut geworden. Den kann man sogar, könnte man sogar hier bis nach unten halten können. Und hätte schon ein Verhältnis von 1 zu 20. Also, weiter müsst ihr nicht refine. Sagen wir, wir gehen jetzt mal in, äh, wenn ich die Zurückspule mal in den 15-Sekunden-Timeframe zum Beispiel. Da sieht das Ganze dann nochmal ein bisschen komplexer und komplizierter aus, was wir hier sehen. Weil, gucken wir schon bei zum Beispiel dem Break hier, oder eher gesagt, ähm, bei dem Break hier schon hier oben nach einer Entry. Oder gucken wir zum Beispiel bei dem Break hier oben schon nach einer Entry. Und das kann natürlich, wenn man zu weit refine, zum Beispiel wenn wir jetzt nochmal in 5-Sekunden-Timeframe gehen, sieht es noch chaotischer aus. Und das kann zum Beispiel, ähm, ja, sehr verwirrend für Einsteiger sein. Oder auch allgemein kann sehr verwirrend für Trader sein. Deswegen refine eure Zonen nicht zu doll. Im 2-Minuten-Timeframe sehen wir hier, das Swike-Off ist sehr schön. Weiter brauchen wir gar nicht refine. Wir haben unsere zwei Breaks hier. Hier unseren Swing. Hier unseren nächsten Swing. Und können direkt hier schon eine Entry eröffnen. So einfach ist das. Und das benutze ich natürlich auch in meinen eigenen Trades. Und sagen wir mal, ähm, ich gehe jetzt mal auf den Trade, den ich selber genommen habe. Zum Beispiel unten. Da hatte ich, glaube ich, kurz vor dem Wochenende, ich glaube Freitag war das, hatte ich einen sehr guten Trading-Tag. Und zwar, ähm, ja, habe ich hier auf dem 5-Minuten-Timeframe gesehen. Wir haben Uptrend und haben hier eine Demand-Zone gebildet und dann hier rüber eine Balance gehabt. Und dann habe ich gewartet, dass der Markt noch einmal runter in diese Zone kommt und, äh, diese mitigiert, um einen weiteren Push nach oben zu starten. Und wenn ich in diesem 5-Minuten-Timeframe jetzt, äh, meine Zone markiert habe, dann, was mache ich? Äh, 5 Minuten, das sind 300 Sekunden. Also 300 durch 30. Also sollte 10 Sekunden der minimalste Timetrain sein, in den ich gehen sollte. Ähm, da es natürlich bei TradingView keinen 10-Sekunden-Chart gibt, sondern nur 15 und 5, ähm, dann kann ich natürlich auch zwischen dem 15-Sekunden-Chart und dem 5-Sekunden-Chart rumswitchen. Und da suche ich dann nach einer Entry. Ähm, genau. Zum Beispiel hier unten habe ich jetzt, da war ich, glaube ich, noch gar nicht, ähm, am Chart hier. Aber hier unten ist auch schönes Wyckoff gewesen. Äh, hätte man zum Beispiel hier nach, äh, dem ersten Block und dem, äh, ne, dem zweiten Block hier, äh, eine Entry eröffnen können, wäre man liquidiert worden. Oder, ja, wäre man liquidiert worden. Aber es ist natürlich ein schönes Wyckoff hier gewesen. Und, ähm, was ich dann gesehen habe, ist, wir haben hier nochmal viel Liquidität aufgebaut. Und deswegen dachte ich mir, ja, der Markt will sehr wahrscheinlich nochmal nach unten. Und dann habe ich mir hier, glaube ich, in einer 1-Minuten-Zone, genau, 1-Minuten-Kerze, habe ich mir in der Zone markiert. 1 Minute, oder eher gesagt, 60 Sekunden durch 30, sind 2 Sekunden. Dann könnte ich theoretisch in den 1-Sekunden-Timeframe gehen. Gehen wir mal in 1-Sekunden-Timeframe. Und, was sehen wir? Wir haben hier unsere markierte Zone. Sehen hier unser Wyckoff. Ich habe auch nochmal Beschriften für die einen oder anderen, die das wie zu chaotisch hier finden. Wir haben unseren Selling Climax, Automatische Reaktion, Secondary Test. Hier ein Sound of Weakness. Unser Duty, der hier nochmal Liquidität nimmt. Dann hier unseren Breakdown. Und der Preis kommt noch einmal zurück in diesen Block rein. Und fällt dann weiter nach unten. Und da habe ich innerhalb von, glaube ich, 1,5 Minuten oder so, ein 1-10-Minuten gecatcht. Das zweite Partial hat er nicht erreicht, leider. Aber, genau, so kann man die Rule of 30 oder die 30er-Regel benutzen. Ich glaube, ich hatte hier noch ein Setup, was auch sehr gut lief. Genau. Wo war ich da? Ich glaube, 1-Minuten-Timeframe. Achso, weiter vorne. So. Und wenn ich mir dann hier den Chart angucke und in dem 1-Minuten-Timeframe hier sehe, dass er noch einmal hier über Liquidität nimmt, was ich auch erwartet habe, dass er das tut. Und dann noch zusätzlich in unsere Demand-Zone hier reinkommt, bin ich auf den 5-Sekunden-Timeframe oder 15-Sekunden-Timeframe gegangen. Genau. Ich habe im 5-Minuten-Timeframe hier von dieser Demand-Zone gehandelt. Und durch 30, äh, 10 Sekunden. Und was ich dann hier gesehen habe, äh, muss ich gerade selber überlegen. Oder ich glaube, ich war sogar im 5-Sekunden-Timeframe. Ähm, genau. Also wir haben hier der Wyckoff. Wir haben hier zum Beispiel wieder ein Sign of Strength oben. Und, ähm, dann habe ich hier nach dieser letzten Liquidierung gesehen, dass sich hier relativ viel Liquidität aufgebaut hat. Und die zur Downside immer weiter genommen wurde. Und dann hier oben sehr viel Liquidität sich aufgebaut hat. Und da wir dann hier unten schon sehr, sehr viel Liquidität genommen haben, hatte ich mir, äh, konnte ich mir vorstellen, dass dies der niedrigste Punkt hier in der Akkumulation sein wird. Und dann habe ich direkt bei diesem Break, also ohne auf meine zweite Confirmation zu warten, äh, ein Trait eröffnet. Natürlich immer, ähm, ja, mit nicht so viel Risiko. Aber man hält es zum Beispiel hier auf den 1-Sekunden. Hätte man, ähm, ja, hier natürlich auch noch den zweiten Block gesehen. Hätte man sogar ein besseres Verhältnis dann am Ende gehabt. Aber so schnell muss man natürlich auch erstmal reagieren können. Das ist auch das Ding. Genau. Und dann habe ich hier diese 7R mitgenommen. Hätte natürlich länger halten können. Ich glaube, äh, der wäre noch ein bisschen gelaufen. Äh, oh ja. Der wäre noch echt ein bisschen gelaufen. Weil er hätte ein gutes 1 zu 25 werden können. Äh, aber, äh, ich glaube, das war relativ stressig da. Deswegen, ähm, wollte ich den Trade einfach schließen. Und nicht mehr meine Augen auf Trade haben, weil ich noch genug mit Uni zu tun hatte. Ähm, aber das ist eher gesagt nebensächlich. Aber ja, ähm, ich hoffe, ihr konntet was aus dieser, aus diesem Video mitnehmen. Und könnt es vielleicht selber mal backtesten oder selber bei euren Trades anwenden. Und, ähm, genau. Damit gesagt wünsche ich euch, wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche. Ähm, schöne gute Trades. Und, ciao und bis zum nächsten Mal.